So, heute zeige ich euch die sogenannte Autofill-Funktion. Und zwar ist die Autofill-Funktion ein zeitsparendes Tool, wenn ihr mit eurer Safari-App im Internet unterwegs seid und euch bei einer Seite anmelden wollt. Und zwar zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht hier in Einstellungen, geht dann auf Safari, geht hier auf Automatisch ausfüllen und dann könnt ihr hier anwählen, Kontaktinfo benutzen. So, meine Infos und jetzt könnt ihr hier, ich habe jetzt hier mal zum Beispiel Max Mustermann ausgewählt, ja, aus der Kontaktliste nehmen. So, jetzt testen wir das Ganze. Jetzt gehen wir in Safari. Ich habe hier schon mal, ja, Gmx vorbereitet als Beispiel. Und hier hat man ein Anmeldeformular. Und normalerweise müsstet ihr das jetzt mühsam ausfüllen. So, und jetzt kommt der Trick. Ihr klickt hier auf Automatisch ausfüllen. Und zack, ist hier alle Angaben, die ich vorher bei Max Mustermann gemacht habe. Ihr könnt das natürlich dann mit eurem eigenen Namen machen. Werden hier sofort in die entsprechenden Felder eingetragen. Und dann können wir das jetzt richtig комtieren. Vielen Dank.